So, halli hallo ihr Lieben, wir befinden uns hier in World of Warcraft Wrath of the Licht King Classic in der Version 3.4.1. Wir sind hier in Nordend in den Griselüben bei Camp Onequa, sind hier bei Spear Vortag und nehmen jetzt hier die Quest in Lokens Namen an. Dann, redet mit Hatsch oder Hugh, Glas und Gavrok über Loken und übermittelt eure Erkenntnisse Spear Vortag im Camp Onequa. Wir nehmen die Quest an, in unseren ganzen Quest, die wir gemacht haben, waren wir schon mal bei beiden tatsächlich. Und Loken, den kennen vielleicht auch einige aus der aktuellen WoW-Expedition, so nenn ich es mal, also aus dem aktuellen WoW-Headon. Weil da letzten Endes natürlich das mit diesen ganzen alten Göttern und so, hat natürlich auch einen Hintergrund und wird da auch nochmal ein bisschen betrachtet. So, jetzt sind wir hier, Hugh, Glas. Beruhigt euch, ich will euch etwas über die Eisenslage und Gavrok fragen. Hinkajou würde nie sowas fragen, blub, 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 blub. Man weiß nie, hinter welchem Baum er sich versteckt. Also, wir haben jetzt den Hugh, Glas, haben wir befragt. Wir fliegen weiter zum Gavrok. Wie gesagt, wir kennen alle beide schon, haben hier schon gequestet. Ansonsten hätten wir hier überall noch Quests offen. Und gerade beim Gavrok waren da auch relativ viele Quests, das muss man auch mal sagen. So, jetzt sind wir hier beim Gavrok. Sag Gavrok, was könnt ihr mir erzählen? Naja, der Logan, ist ihm bekannt, schön. Achso, er hat die Befehle gegeben. So, okay. So, schön. Dann haben wir jetzt die Infos in Lukens Namen gesammelt. Und dann können wir wieder zurück nach Campo Necua. Wer sich dann die Story irgendwie mal antun will, da sei ganz wirklich, ne. Guckt euch die Videos von dem Craft an. Lasst mich mal gucken, der Craft ja wirklich heißt. Craft, ich kann mir das immer nicht merken, die Zahlenfolge. Craft12354. Der hat da wirklich viele Videos entsprechend gemacht. So, jetzt sind wir ein bisschen dran vorbeigeflogen. Er hat viele Videos gemacht. Und da kann ich nur sagen, guckt es euch an. Und da könnt ihr wirklich über Story und so weiter viel in Erfahrung bringen. In Lukens Namen, wir geben es ab 14 Gold, 2 Silber. Und damit ist in Lukens Namen auch abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet doch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschaui.